Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Food News Video von euch, ich und meine Runde Glitzer. Oh mein Gott, wirklich, ich könnte einfach den ganzen Tag Glitzer tragen. Okay, random fact, deswegen trage ich es auch weiterhin einfach im Video. Und weil, also ich war so feiern oder auf einem Umzug und deswegen habe ich es jetzt einfach drauf gelassen für euch und dachte mir, ihr freut euch vielleicht auch. Und genau, ich teste wieder Food Neuheiten. Also hier geht es nicht um Glitzer, sondern hier geht es um leckerschmeckert Essen. Als allererst habe ich in den Aktionswochen von Penny das vegane Filet Like Fish, Olive, Knoblauch mitgenommen. Leider war mein Penny ziemlich enttäuschend, was vegane Neuheiten angeht. Ich habe richtig viel gesucht und es gab einfach nichts, nichts, also kaum irgendwas Cooles. Naja, jetzt habe ich das hier gefunden. Das ist auf Basis von Weizenprotein. Fische dürfen weiterschwimmen, das finde ich richtig süß. Und es sind 160 Gramm. Da haben jetzt die zwei Filets 2,49 Euro gekostet. Ja, es sieht eher so ein bisschen aus wie Hähnchen. Also so richtig Fischkonsistenz würde ich es jetzt nicht nennen. Doch, es riecht wie Fisch. Ja. Ich kann schon mal sagen, es ist super lecker. Hat eben auch so einen guten Knoblauchgeschmack. Es ist ganz, ganz fein gewürzt. Die Konsistenz ist eher so ein bisschen knatschiger. Aber es hat schon einen Fischgeschmack. Doch, muss man wirklich sagen. Also wie so ein hellerer Fisch. Jetzt nicht wie ein Lachs, sondern wie so ein Zander oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein krasses Fischersatzprodukt ist. Und jetzt irgendwie so, oh mein Gott, ich schmecke jetzt 1 zu 1 Fisch. Aber es ist ein leckeres Ersatzprodukt. Würde ich mir auch wiederholen. Und bekommt 8 von 10 Punkten. Dann bringt auch jeder irgendwie ja seinen eigenen Drink. Alternativen Milchdrinks sozusagen heraus. Hier von ZAD von Pure Joy. Die vegane Version. Hier ein Kokosdrink ohne Zuckerzusatz. Pflanzlich auf Kokosbasis mit Reis. Hier immer im Blick auf die Zutaten. Und ich muss halt immer sagen, so viel Unterschied schmecke ich persönlich bei den Alternativen nicht. Aber ich bin mal gespannt. Hier ist der gute Spaß. Ah ja, okay. Doch, ich schmecke schon Unterschiede. Also erstmal ganz, ganz starker Kokosgeschmack. Also wirklich sehr, sehr intensiv. Sehr lecker. Super cremig. Er hat gefühlt so einen hohen Fettgehalt. Also er schmeckt so ein bisschen fettiger im Mund. Aber es finde ich ganz lecker. Es erinnert echt dann an so richtige Kokosmilch. Also jetzt nicht Milch zum Trinken, sondern die zum Kochen. Und es ist wirklich lecker. Also top. Würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Hat jetzt 1,99 gekostet. Habe ich bei Rivo gefunden. Und bekommt 9 von 10 Punkten. Dann ebenfalls bei Penny gefunden. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Gibt es von Mitakos. Das ist so eine griechische Brand. High Protein. Protein. Joghurterzeugnis nach griechischer Art mit Süßungsmitteln. Feige Honig. Oh mein Gott. Das fand ich mal ganz spannend. Weil ich glaube noch nie sowas in Feige Honig eben gesehen habe. Das sind jetzt 200 Gramm. Und hat halt wie diese ganzen typischen Protein. Joghurt, Pudding. So die Nährwerte. Eben 17,8 Protein. Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, weil es ja Feige Honig sein soll. Dass da irgendwie Stückchen oder sonst irgendwas enthalten ist. Aber es ist ein ganz normaler weißer Joghurt. Und hier kommt auch nichts mehr. Nö. Nö. Also. Schmeckt wirklich wie so ein griechischer Joghurt. Hat eben auch noch diese säuerliche vom Joghurt. Und leicht nach Honig Geschmack. Aber eher so dieses Karamellige von Honig. Oder ich weiß nicht, wie nennt es. Ja, aber das ist ein Eigengeschmack eben von Honig. Feige. Ja, doch. Würde ich auch was schmecken. Ist lecker. Doch. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, ich würde ihn mir jetzt nicht unbedingt nochmal holen wollen. Aber ist auf jeden Fall gut. Und bekommt 7,5 Punkte. Dann gibt es eben fast das gleiche Konzept hier. Nämlich auch nochmal mit Pfirsich Maracuja. Aber eben auch nach griechischer Art. Und ich finde immer so, diese griechischen Joghurte sind immer so ein bisschen säuerlicher. Als so ein, ja, wenn man jetzt so dieses typische Joghurt-Ezeugnis hat. Und ja, hier genau. Hier sind hier ein Stückchen. Das hätte ich halt bei dem Feige ganz cool gefunden. Und dass da Feigenstückchen drin gewesen wären. Oder halt irgendwie auch so Honig. Wisst ihr, dass es so, wow, da herumgespreußelt ist. Aber das geht ja gar nicht. Weil das ist ja mit Süßungsmitteln. Also ist ja gar kein echter Honig. Naja. Hier schmecke ich jetzt tatsächlich keinen Unterschied zu allen anderen diese Protein-Joghurt-Quarkerzeugnisse. Die gibt es ja schon ganz viel von Lidl, aber ich glaube auch von Penny. Und ich schmecke ja jetzt zwar nicht so dieses Speciale heraus. Schmeckt wie ein guter High-Protein-Pfirsich Maracuja. Ist lecker. Würde ich mir wiederholen, weil ich liebe Pfirsich Maracuja. Die Sorte mag ich echt gerne. Deswegen, ja, bekommst du mir eigentlich auch mal so schöne, solide acht Punkte. Und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, habe ich die Merci schon mal in White getestet. Und jetzt gibt es hier nämlich noch eine zweite Version. Oder es gibt sogar, glaube ich, noch eine dritte. Die hatte mein Rewe nicht. Feine Pralines in fünf verschiedenen Sorten sogar. Das ist ja wirklich so eine Anlehnung an die Lindor-Kugeln. Und bisher schmecken sie mir auch genauso gut. Ich glaube, das hier ist tatsächlich ein Mix aus den Sorten. Weil weiße Mandel kenne ich auf jeden Fall schon. Die fand ich super lecker. Hier sind es 185 Gramm, enthalten für 2,49. Und so sehen sie aus. Oh mein Gott. Hier habt ihr gerade eine Milkpraline. Es ist so lecker. Wirklich, die sind so cremig. Und die kommen so sehr an die Lindor-Kugeln dran. Also die ist schon mal top. Dann hier einmal Nougat Crunch, ein Haselnuss, also mit Haselnusscreme. Das ist wirklich ein bisschen crunchiger und nicht so cremig-cremig. Aber trotzdem immer noch ganz, ganz lecker. Ich mag tatsächlich bei denen fast ein bisschen mehr, wenn es so ganz cremig ist. Aber auch die Sorte sehr gut. Boah, ich glaube, das ist gerade fast so ein bisschen mein Favorit. Das ist hier Praline in Edelbitter. Das ist genauso wie das Praline in normal, eben in Milchschokoladen, nur mit Zartbitter. Und dadurch so richtig knackig erstmal die Zartbitterschokolade. Richtig herbe. Und dann eben ganz fein diese Milchschul, also diese Pralinenfüllung. Und zu guter Letzt dann hier einmal Nuss- und Mandelcrunch. Auch hier wieder ein bisschen crunchiger. Mag ich aber auch sehr. Also ich muss sagen, ich bin wieder sehr zufrieden. Die helle weiße Kencherschampel finde ich top. Ich glaube, in dieser Version hat man eben den besten Mix von allen. Also würde ich mir auf jeden Fall wiederholen und bekomme 9,5 Punkte. Dann teste ich natürlich auch nochmal weitere Sorten hier von den Corni-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer-Kafer. Und die ist richtig, richtig lecker. Und ich schmecke wirklich intensiv nach Haselnuss. Und eben, ich liebe diesen Süßungsgeschmack davon. Ich weiß nicht, das ist so knatschig und so richtig saftig im Mund. Also die sind wirklich, wirklich lecker. Hier nochmal so die Zutaten und Nährwerte. Also top. Die würde ich mir unbedingt wiederholen. Viel besser als Schoko. Und bekomme 9,5 Punkte. Und dann habe ich mal aus meinem Fitnessstudio eine Proteinregel mitgenommen. Und zwar gibt es von Goals Gym Nutrition. Die gibt es ja in mehreren Fitnessstudios. Also bei uns jedenfalls im John Reed, weil das ist mehr fit. Also mehr fit wahrscheinlich dann auch. Double Layer Bar Vanilla Caramel Flavor. Die sind eben neu. Mit 45 Gramm. Gibt es in drei verschiedenen Sorten. Die haben auch echt ganz gut Protein. Also ein Regel hat jetzt 14 Gramm. Okay, also die Karamellsticht ist jetzt nicht so dick. Es schmeckt schon gut nach Karamell. Also geschmacklich finde ich den gut. Die Proteinmasse ist mir doch zu zäh am Ende. Und wird so pumpig im Mund. Der Geschmack der Proteinmasse schmeckt gar nicht so schlecht. Also es ist okay. Ich würde mir den jetzt vielleicht nicht wiederholen. Vielleicht teste ich nochmal die anderen Sorten. Und er bekommt 6,5 Punkte. Dann es sieht absolut komisch aus. Es ist wie Bacon von Gutfried. Das habe ich im Kaufland gefunden. Das ist jetzt eben veganes Erzeugnis auf Basis von Raps und Reis nach Art eines Bacons. Oh, es sieht absolut nicht schön aus. Es sieht wirklich so richtig chemisch aus. Und damit 80 Gramm 1,79 gekostet. Es riecht aber schon so richtig geräuchert nach Bacon. Das ist ja hier Schwibbel Schwabbel pur. Ne, die Konsistenz ist genauso, wie sie aussieht. Geschmacklich ist das gut. Es ist eben einfach nur dieses Räucheraroma. Ja, doch. Und dann kommt es schon ein bisschen an Bacon ran. Hätte ich das hier auch. Ne, aber das kann man doch einfach so. Hätte ich das in die Pfanne schmeißen müssen. Wahrscheinlich schon, ne? Ich trottelchen. Ja gut, dann habe ich das jetzt mal roh probiert. Aber geschmacklich ist schon mal gut. Ich schmeiße nochmal in die Pfanne und merke mich wieder. Okay, Freunde, das ist mir sowas von suspekt. Ey, das hat gerade alles voller Öl bei mir voll gemacht. Ich habe mich fast selber gerade verbrannt, weil es so krass reagiert hat. Also macht es nicht in heißes Öl. Ich dachte, es funktioniert. Ne, also sorry, der Bacon, der macht mich gar, also der macht mich fertig. Der macht mich nicht glücklich. Den würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Also geschmacklich ist okay, aber es gibt keinen Grund, den zu kaufen. Es gibt drei von zehn Punkten. Okay, ich revidiere auch nochmal ein bisschen. Der wird schon echt krass knusprig wie ein echter Bacon. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu heißes Öl gehabt. Ist schon ganz geil. Ja, ich glaube, ich habe eine schwierige Beziehung zu ihm. Aber ich glaube, ihr könnt, wenn ihr eine Neutrale herstellt, dann ist es super fein. Aber es steht halt auch keine Anweisung zum Braten drin. Also ich finde, das sollte dann schon mal drinstehen bei sowas. Ja, also ich revidiere aber schon mal auf sechs von zehn Punkten. Oh mein Gott, dann war ich so begeistert. Da gibt es hier von Halloween einfach so eine neue Pralinen-Schachtel. Mega cool mit verschiedenen Sorten. Ein paar davon kenne ich natürlich schon, aber nicht alle. Und da werde ich jetzt gleich mal ein paar durchprobieren. Sind 200 Gramm enthalten. Und ich finde es echt cool, dass die jetzt auch so eine Mischung hier haben. Mega. Ja, also so sieht es jetzt hier aus. Und ja, mal hier zuordnen. Also das hier sind ja die ganz normalen Cook-Ups Cookie Dough. Die kenne ich natürlich. Dann das hier sind die Black & White. Auch die kenne ich. Und beide mag ich sehr. Und dann haben wir hier einmal Peanut Butter. Das schmeckt eigentlich auch wie die Peanut Butter Cups so ein bisschen. Also top. Und dann habe ich einmal Cream & Crunch. Ja, ich muss sagen, es schmeckt mir irgendwie so ein bisschen unbefinierbar. Ist okay. Aber das ist heute Caramel. Das ist ein Träumchen. Richtig, richtig lecker. Richtig cremig. Okay, ich glaube, Brezelcreme ist mit meinem Favorit. Wirklich so richtig salzig, diese Brezelstückchen. Und dann so Cream. Also top. Ja, das sieht da aus hier. Aber ich muss sagen, richtig coole Mischung. Finde ich genial. Ist genau das Richtige für mich. Und deswegen bekommt ein 9 von 10 Punkten. Auch neu gibt es bei Kaufland den veganen Coco-Gurt. In der Sorte Kirsche. Ja, den hat übrigens eine Followerin für mich entdeckt. Die hat mich im Kaufland angesprochen. Und war dann kurz mit mir mal vor dem Regal gestanden. Und hat Food News gesucht. Liebe Grüße an dich. Ich hoffe, dir hat es noch gefallen in Berlin. Das sind jetzt 400 Gramm. Also Achtung, schau mal. Hier sind auf jeden Fall Kirschstückchen enthalten. Der hat jetzt 1,59 gekostet. Und er hat wirklich einen leckeren Geschmack. Also schmeckt sehr intensiv nach Kirsche. Er schmeckt auch nicht nach Kokos. Was ja oft der Fall dann ist bei solchen Joghurt. Der ist top. Also wirklich angenehm. Würde ich mir auch wiederholen. Und bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann waren wir hier auf dem Event eingeladen. Von Ben & Jerry's & Tony's Chocolate. Und da durften wir aktuell neue Sachen probieren. Und das ist nämlich einmal Strawberry Cheesecake Schokolade Edition. Von Ben & Jerry's & Tony's zusammen. Und die kommt leider erst nächstes Jahr heraus. Weil die Lieferschwierigkeiten haben. Aber die habe ich natürlich schon mal getestet für euch. Und ich muss sagen, die weiße. Ja, ist ganz lecker. Also ich mag den Geschmack von der weißen Schokolade. Aber so richtig nach Strawberry Cheesecake, finde ich, schmeckt es nicht. Also könnte ein bisschen besser sein. Aber ist trotzdem lecker. Genau. Dann aber die zweite Sorte ist hier mit Dark Milk Brownie. Und ja, das ist eben das Coole an den beiden Brands, dass sie bei halt Fairtrade sind. Und da fand ich irgendwie ganz süß, dass sie es so zusammengetan haben. Ist auch übrigens hier gar keine Werbung. Sondern einfach, ich dachte, das ist ganz cool für euch, wenn ich das hier mit einbinde. Weil es halt echt Sachen sind, die ich vorher oder so, man jetzt noch hat, noch nicht probieren konnte. Und die Brownie-Sorte, wirklich, die fand ich richtig, richtig gut. Also die war super intensiv. Hat ganz, ganz lecker nach Brownie und neben nach Schokolade geschmeckt. Also top, die würde ich mir auch wiederholen. Oder wenn es die dann gibt. Und dann halt noch das neue Ben & Jerrys, die Sorte eben in Colab. Die ist mit Karamell und Karamellchunks, aber auch so Chocolatechipchunks. Und die gibt es einmal in einer veganen Version und einmal in einer nicht-veganen Version. Und die gibt es aber jetzt dann irgendwie ab jetzt auch schon zu kaufen. Ich habe es jetzt natürlich auch noch nirgends gesehen. Aber gibt es ab diesem Monat für euch. Und ja, also genau, Mel war nämlich mit. Und konnte auch ein bisschen probieren. Und wir waren sehr überrascht. Also wir fanden sie beide sehr lecker. Da sind eben diese großen Chunks enthalten. Die sind mega gut, und dann diese Karamellsoße. Und auch ich, also wirklich fand es sehr, sehr gut. Ja, kann man sich mal holen. Doch. Das war es auch wieder mit meinen Food News. Und an der Stelle riesiges Dankeschön. Wir sind jetzt 25.000 hier in meiner süßen kleinen Community. Love you all. Also wirklich danke, danke für eure Unterstützung immer. Und deswegen jetzt ein großes Dankeschön nur wieder zurück an euch. Ihr wisst, also ich liebe es einfach. Und ihr freut euch immer so sehr darüber. Ein Gewinnspiel. Ein Food News Gewinnspiel. Und zwar, ich packe euch die Food Neuheit in den letzten Videos in ein Paket. Oder eigentlich für drei von euch. Ich werde nochmal alle Supermäckte und den Spaß abklappern. Also außer Eis und Tiefkühl-Sachen. Aber ich versuche so gut wie möglich, euch in ein großes Paket zu schnüren. Und ja, dafür müsst ihr mir eigentlich auch nur hier folgen. Auf Instagram folgen. Und mir auf Instagram Food News Gewinnspiel schreiben. Und dann seid ihr mit dabei. Und dann geht das eine Woche lang. Und dann werde ich die Gewinner kontaktieren. Und ja, ich freue mich schon sehr. Ähm, ja. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich, euch die Freude zu machen damit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Und bis bald. Und bis bald. Und bis bald.